jeder spieler ist unterschiedlich das passt aber genau zu den ideen die wir hatten was für jungs wir brauchen was sie mitbringen müssen jeder bringt seine erfahrungen mit die er vorher den vereinen erlebt hat und die anpassungsphase da gehören immer zwei dazu zum einen der spieler aber ich glaube auch wir als gemeinschaft sind im objekt genau so gelaufen wie wir uns das auch gedacht haben der erste prozess ist ja der dass der spieler zu uns kommt in dem prozess vorher mit klaus costa mit mit jonas bold mit jetzt hier bei dirscherl aber auch mit den gesprächen mit tim wird uns ja klar passt der spieler zu einem von der spielidee her und passt er vor allem auch vom typ zu uns und deswegen ist nicht so dass der 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 spieler dann hierher kommt und wir sind nicht auf ihn vorbereitet oder wissen nicht was da auf uns zukommt trotzdem ist eine super spannende phase jeder der schon mal neu in der gruppe gekommen ist weiß wie aufregend es ist wie viel informationen man zu verarbeiten hat und wie wichtig es ist wenn wenn dann die jungs die leute die vor ort sind auf einen zukommen und ihm einfach ja dass das ankommen so angenehm wie möglich gestalten und das ist unsere aufgabe jeder auf seine eigene art und weise und das haben wir auch diesmal gemacht und ich glaube ganz gut jetzt haben wir hier ein gerüst über die zwei jahre aufgebaut wo wir gar nicht wollen dass im sommer irgendwie was so großes tut dass wir eine grundlegende veränderung haben aber klar wollen wenn wir da besser werden das ist jede transfer periode die aufgabe besser zu werden auch von den jungs die kommen und die defizit die man aufgezeigt hat dementsprechend aus zu 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 münzen und das haben wir so hingekriegt ja zum einen den spieler in den mittelpunkt stellen das heißt was bringt er mit wie viel vorwissen hat er schon von unserer spielidee was was er denn vorhin an infos bekommen oder wenn man zum beispiel die betrachtet die hat unheimlich viel auch über unsere art und weise schon gewusst wie wir spielen zum einen aus der liga zum anderen weil er sich auch sehr viel damit beschäftigt hat und dort holen wir den jungen ab das heißt wir machen viele video analysen mit ihm wir sprechen auf dem platz auch ganz ganz viel deswegen ist es umso passender dass wir immer zu dritt oder so viert auf dem platz sind als als trainer team und so die einzelnen jungs schnappen können und dann kriegen sie den mut oder den zuspruch und das vertrauen dinge auszuprobieren und die wir wiederum an szenen aus dem training im nachhinein wieder besprechen wir reden viel mit jungs vielleicht im ersten moment natürlich dann auch mehr als mit denen die die aus dem letzten jahr auf dem vorletzten jahr noch da sind aber wir wollen ihnen das gefühl geben dass sie hier zu 100 prozent gewünscht sind dass sie das vertrauen von uns kriegen und ihnen natürlich auch viele informationen zukommen die vielleicht am anfang den einen oder anderen so ein bisschen bisschen überfordern aber so nach und nach dann auch erkennen ah ja das ist die idee da wollen wir hin das sind unsere ziele und so und so kriege ich das hin und da ist analyse ein ganz ganz großes wort ganz groß großes thema und ja das schreiben wir uns auf die fahnen dass wir das von anfang an angehen und immer wieder reflektieren auf die nächsten schritte auch die die richtigen war klar für einen jugendspieler der vielleicht aber auf der zweiten station oder sogar von der eigenen jugend hoch kommt dann muss ich erst mal positionieren im großen und ganzen und ganz hinten anstellen und sich die position erarbeiten und jemand der der wie lewin schon 190 bundesligaspieler hat hat natürlich ein anderes standing in der herkommt nicht desto trotz müssen die jungen spüren dass es nur zusammen geht dass wir eine große gemeinschaft hat dass hier ein kleines rädchen des großen und ganzen ist und sich dementsprechend auch in seiner position zurecht finden dass wir da offen sind für für nuancen nach rechts und links das ist wichtig jeder junge soll sich auch entfalten können aber die jungs müssen auch klar wissen was ihre aufgaben sind und welche sie zu verfolgen haben ja also beim scouting unablässlich dass das die jungs ja englisch können es wäre jetzt schwierig wenn jemand zu uns käme in die runde und würde ja keine sprache sprechen die wir nicht auch irgendwie können klar gibt es auch da mittel und wege und auch das haben wir schon in der vergangenheit auch auch geschafft nur wir wir spüren schon dass im alltag es einfach leichter ist wenn wir uns auf englisch unterhalten können weil er die fußballer sprache ist zwar mit fachbegriffen dekoriert trotzdem ist eine einfache sprache und die jungs von sich dementsprechend da auch zurechtfinden und was alle alle spieler bisher auch gezeigt haben sie sind einfach willig deutsch zu lernen und das auch so ein punkt von uns die sollen sich nicht auf den sprachkenntnissen ausruhen die sie haben sondern sie kommen nach deutschland wenn sie aus dem ausland kommen und sollen die sprache lernen und da sind wir als verein aber auch als trainerteam hinten dran dass sie das verfolgen und auch das haben wir bisher ganz gut hingekriegt glaube ich ein junger spieler macht vielleicht größere fortschritte weil er in seiner entwicklung einfach noch lange nicht am ende ist und jemand der vielleicht ja schon schon zehn jahre auf dem buckel hat im profifußball verbessert sich auch aber nicht in dem maße und ja deswegen ich würde sagen der anfang ist der spannendste weil vieles neu ist weil viele sich wieder kennenlernen auch die spieler die schon da sind freuen sich auf neue impulse auch vielleicht neuen spaßvogel wie manu auch das tut der gruppe gut und nichtsdestotrotz geht diese entwicklung einfach über über die ganze saison hinweg das trainingslager klar ist was ganz besonderes da lernt man sich besonders gut kennen deswegen ist uns auch so wichtig dass das viele jungs schon da sind aber auch im nachhinein geht der prozess immer weiter und wir als trainerteam versuchen da auch immer wieder neue reizpunkte zu schaffen auch neben dem fußball dass die jungs bei uns ankommen sich wohlfühlen und und spaß haben hier